Oh, jetzt geht's los. Oh Gott. Ein riesiger Baum. Weißes Loch. Cool. Insel tot. Geil. Ah, Geld bringt nicht so viel. Fumaschuriken sind gut. K.O. und Stein. Geil. Richtig geile Kombi. Also dieses weiße Loch macht mir fertig. Das macht mich ja jetzt schon fertig. Was soll ich denn dagegen machen? Schutz gegen Gestein? Ach, das geht nicht auf sie, weil sie versteinert ist. Okay, man muss erstmal ein bisschen dazulernen. Gut, er macht eine Attacke und nimmt mich damit komplett auseinander. Geil. Ah. Verwicht und Lähmung. Wicht und Konfus. Frosch und Lähmung. Ah, ja. Die jute Genji-Rüstung. Hm. Okay, ich gehe einfach nochmal rein. Plündern. Okay. 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 Natürlich, vorhin hat es geklappt. Das ist wunderbar. Jetzt geht es daneben. Items, Goldnadel. Geht nicht. So, ich... Okay, jetzt ist er verlangsamt. Das ist schon mal gut. Zu viel. Zu viel. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege da jetzt schon die Krise. 2000 Schaden. Leck mich mit deinem weißen Loch. Leck mich mit deinem weißen Loch. Und, glaube ich nicht. Ja, ist... Gott. Ey, der hat eine Attacke und nimmt mich damit komplett auseinander. Ich verstehe es nicht. Alter, leck mich an. Stopp gemacht. Das ist alles nicht... Er hat doch ein Aegis-Schuld, oder? Ein Schild, der vor Steinen schützt. Pariert manchmal magische Angriffe. Ich kann es ausprobieren. Ist aber traurig. Es verfehlt natürlich. Der Schuriken ist ganz geil, aber... 1, 1, cool. 1, 1, cool. 3, 6. Gar nicht schlecht. Ah, wieder verfehlt. Jetzt packt er aber mal andere Sachen hier aus. 2, 5, Alter. Das kannst du auch nicht angehen. Kannst du auch nicht angehen, Freunde. Weißes Loch, du mich auch, Kollege. Aber ich müsste vielleicht auch mal Hass machen, ne? Das wäre auch mal eine Ansage. So, das erst mal auffrischen. Ach, ich wollte ja werfen. Vertan. Ho, ho, ho. Platzengel. Okay. Ja, für einen Fumaschuriken. 3, 5. Ich weiß gar nicht, wie viel der hat. Ich müsste mal gucken. Weil ich mal eine ungefähre Vorstellung habe. Okay. Schwarzmagie. Give it to me, Flair. Peng! Exdeath wurde vom Nichts verschlungen. Nein! Warum? Das Nichts sollte doch mir gehorchen. Wie konnte das geschehen? Ich möchte mich nicht zu früh freuen. Ach Gott, leg mich doch. Leg mich doch. Alle Erinnerungen, alle Dimensionen, alles was war, alles was ist, soll nicht mehr sein. Dann kann auch ich abdanken. Dann kann auch ich abdanken. Neo-Exdeath. Ihr wollt mich doch verarschen, Leute. Ach du Scheiße. Alter, packen sie aber was aus. So, erst mal ge... Wie viel sind denn das? Das sind aber ein paar mehr, ne? So, Bahamut, da musst du aber mal ran jetzt, mein Grimm. Heilige Scheiße, was ist denn das für ein Viech? So, erst mal heilen. Oh Gott. Almagest. Oder wie auch immer man das... Was ist das denn? Raum und Zeit stürzen ins Chaos. Vakuumwelle. Was war denn das für ein Angriff, der eine ganze Gruppe auslöschte? Ich hab die doch vorher geheilt. Oh. 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 einfach noch mal probieren oder was andere bleibt noch nicht übrig kann etwas leer zaubern das hat ganz gut funktioniert ich starte eine analyse durch möchte jetzt wissen wie viel der hat ok 50.000 ungefähr werfen schwarz magie und flair nochmal gemacht einfach fehlt natürlich 2000 herr schickt mir kraft da kommt der fönixen spiel schön wieder 53 einfach alle heilen er steht auch jetzt in der hinteren reihe ich schmeiße einfach alles was ich habe einfach alles rausschmeißen stimmt er steht in der hinteren reihe dadurch nimmt er ja schon weniger schaden jetzt aber komm schon komm schon Junge das musst du doch schaffen ich bin eins mit der macht ich bin eins mit der macht ich krieg das hin vielleicht bin ich auch zu schwach vielleicht muss ich noch irgendwo trainieren gehen kann alles gut sein aber das ding sieht richtig heftig aus zeit magie nicht ach quatsch hast gar das war mal ein bisschen tempo und sehr reinbringen den saft lang gut das bringt gar nichts nur ein bisschen was delta attacke ihr habt einen arsch offen Leute ihr habt einen richtigen arsch offen hier müsste ich eigentlich auch mal eine analyse raushauen phoenix sagen wir mal das noch einmal gäst die attacke bums mich weg da bin ich zu schwach für also keine ahnung warum und zeit stürzen ins chaos ich 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 bin ich zu schwach naja stufe 38 ich habe nicht viel trainiert muss ich ehrlich dazu muss ich mir ehrlich eingestehen ich glaube so ein level 50 wäre schon besser schade schokolade ich glaube das war es dann an dieser stelle die werfen fähigkeit könnte ich mitnehmen die werfen fähigkeit könnte ich mitnehmen aber wie könnte ich mich davor schützen das ist halt die ach das weiße loch wie habe ich das vermisst guck mal was der sprung macht 25 naja da werfen wir lieber jetzt haut da sein weißes loch hier wieder ordentlich raus das ist halt mal so Angriff. Wer fehlt? Nochmal verfehlt. Das scheppert ordentlich. Das scheppert richtig ordentlich. Der Feuditz ist gar nicht schlecht zum Wiederbeleben. Plus Schaden machen. Eigentlich ganz ordentlich. Oh, Masantos hinterher. Jetzt kommt der auf einmal mit Meteo an. Was ist denn los? Arschoffen. Arschoffen. Ey. Das kannst du keinem erzählen. Der haut hier Moves raus. Die ganzen Runden davor hat er diesen Move nicht einmal gemacht. Freunde, wir sehen uns am Donnerstag hier nochmal. Ich glaube, wir sehen uns hier nochmal am Donnerstag. Alter, übertreib's doch nicht. Mein Gott. Alter, vertreib's doch nicht so gut. Oh Gott. Okay. ich muss die mp auch ein bisschen mehr im blick behalten der haut aber auch sachen raus ach das ist doch nicht mehr lustig dann elixiere santos blick und sieg 42 so jetzt gehe ich mal auf schutz erzeugt eine aure die magie abwehr erhöht gucken wir mal ob ich was bringt noch entschuldigen ok also diese zweite form hab hier ich noch nicht ganz sich da machen muss und immer erst wie er die erste zu machen und dann zur zweiten zu kommen ist also wartet früher 92 da wurdest du noch gefordert als spieler fehler in der matrix fehler in der matrix hilfe ich bin neo ex death warum sind es auch so viele figuren auf einmal die ich da jetzt angreifen kann das verstehe ich nicht okay eins hat es getroffen und wen davon muss ich denn angreifen das ist halt die große frage kommt leute okay die barriere hat geholfen die barriere hat gewirkt das ist es das muss ich halt vorher vorbereiten alles was werfe ich rolle des feuers vakuumwelle kommt leute das normal nein ok hat neu an die z gemacht oh gott aber damit hat er den schutz noch nicht mehr supernova das spiel bricht mich gerade komplett das ist doch nicht mehr feierlich jetzt muss ich mich noch gegen zustandsveränderung schützen okay können wir was machen ja er ist natürlich out of mp ja jetzt bin ich weg es war viel sogar das zu viel das zu viel ach das ist das 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 boah erzegel probieren was ich teile kein schaden mehr aus das ist einfach nur überleben irgendwie überleben gerade ach gott die machen zu viel schaden raum und zeit stürzen ins chaos sollt kann ich nichts anfangen komm schon ich bewerfe die mit meinem geld ach die supernova wieder ach da ist noch einer in zombie modus ach du meine nase gib mir mal ein weilwasser das wird immer schneller habe ich das gefühl ach du meine güte er ist ein gemach da oben flair bummst mich weg bummst nicht weg natürlich ja das war's ach immer noch nicht ach jetzt ach ach gute runde gute runde die beste runde bisher aber ich glaube ich muss mehr trainieren ich würde vermuten dass ich zu schwach bin würde vermuten dass ich zu schwach bin oder was kann man noch machen bringt mir ein zweiter bringt mir das was zweiter weiß magier so zum heilen noch zusätzlich aufregend aufregender boss kampf schönes ding das hat gesessen schön verlangsamt so jetzt fangen wir mal mit dem schutz an den schutz aufzubauen ja gut so viel dazu so viel dazu so viel dazu schutz 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 immer schutz aufbauen und ein bisschen raufhauen so jetzt kann er werfen aber nur 3 1 ne das ist dann halt auch nicht das wahre macht natürlich nicht mehr den schaden werfen noch mal hast um drauf flair aus machen wir sankt es Zwei, sieben Mh, drei, drei macht der Odin sogar Okay, gut Schutz Ich weiß jetzt nicht, wer alles Schutz drauf hat Aber wenn die Anti-Z machen Bin ich auch am Poppes Irgendwas muss doch machbar sein Faris braucht auch Bald ein Elixier Das muss ich ein bisschen im Auge behalten Ich bin Neo-Extab The final boss Dass der mir noch solche Kopfschmerzen bereitet Hätte ich nicht gedacht Ich verstehe die Systematik von diesem Kampf auch noch nicht ganz Muss ich ehrlich gestehen Bahamut Geht natürlich voll daneben Sssssssss Ssssss Ah 1070. Hat verfehlt. Komplett. Leck mich. Was war das für ein Glück? Das ist nicht gut. Das richten wir gleich wieder. Schutz hinterher. Aha Mut. Braucht noch jemand Schutz? Da. Schutz ist wichtig. Schutz ist das Wichtigste hier. Das war die Zauber abhalten. Und dieses Alma-Gast. Klingt wie eine Zahnpasta oder Mundspielwasser. Oder irgendein Medikament. Medikament. Ha. Scheiße. Oh. Mach mir die jetzt hier nicht kaputt. Kollege Schnürschuh. Zack, 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 zack. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr heilen. Ich weiß es nicht. Ja, auf ihn ist ganz in Ordnung. Er kann es einstecken. Komm, Weißmagie jetzt. Oh, komm, heil jetzt. Oh. Ich krieg die Krise. Das sah so gut aus. Jetzt nehmen die mich auseinander, ey. Ich kämpfe weiter, Leute. Ich lasse mich von Alma-Gast nicht unterkriegen. Ich weiß nicht, ob ich die Angriffe konzentrieren muss auf... Oh. Komm, Angriff hier. Mir ist scheißegal. Es wird immer schneller. Die Raumzeit. Oh, die anderen nehmen keinen Schaden mehr. Sind die tot? Nein! Oh, Gott. Oh, ich glaube, ich hatte es fast. Die anderen waren doch schon alle weg. Ah. Gott, ist das ärgerlich, ey. Also, es lief gar nicht so schlecht mit dem zweiten Weißmagier. Ich weiß in der zweiten Phase nicht, was ich mache. Ich glaube, er war fast weg. Was? Die anderen haben keinen Schaden mehr genommen, nur noch. Vielleicht sollte ich es auch konzentrieren, die Angriffe. Das wäre... eine Möglichkeit. Die Angriffe einfach nur auf vorne den Kopf zu fokussieren. Ist so eine Idee, die mir ja gerade noch kommt, aber... Keine Ahnung, ob das was bringt. Das ist so eine Idee, die mir ja gerade noch kommt, aber... Lustig. So, langsam muss der Schutz... Vielleicht sollte ich es mit Gemach nochmal probieren. Weil der macht mir hier ein bisschen zu viel Stress gerade. Ach, der Phönix kostet 99. Das ist schon ganz schön teuer. Jetzt weiß ich, wo die dann überall hin sind, die MP. Bang, bang. Bang, bang. Ja, kann ich doch geschnicken, dieser scheiß Runde, jemand. Oh, das ist Phönix. Ich bin in Ruhe in Person. Wir rasten hier nicht aus. Also man muss den verlangsamen, ansonsten geht das nicht. Mein ganzes Setup ist eigentlich schon wieder weg. Ich hau gleich hier irgendwo richtig rein. Die Wand hat gleich ein Loch neben mir. Wenn nicht mich so weiter triggert. Ich hatte so gute Runden davor. Ja, nochmal tot. Natürlich. Genau auf den, den ist. Ich habe noch nicht. Ja. Und dann geht's. Ja. Das ist auch schon. Also ist die Wand. Nein. Ich habe noch nicht. Ich habe noch nicht die Wand. Ich habe noch nicht. Ich habe noch nicht mehr genommen. Ich habe noch nicht mehr gehört. Ich habe noch nicht mehr gehört. lustig macht spaß machen wir das einmal das noch schnell hinterher und den bums noch mal rein da hat man nicht viel schaden gefressen reicht das gefühl so jetzt okay wann war das eine kampfrunde jetzt kann es klappen er stirbt da oben gleich aber konzentriere ich meine angriffe nur vorne das ist die große frage was was machen sachen keine ahnung keine ahnung wie ich diese zweite phase angehen soll ob flächenschaden oder den einzeln schaden schutz ist drauf haska ist drauf ich kann es mit gemach probieren auf alle komm probieren was 2 8 ist das ist ja pipifax das ist das ist das ist das ist das ist das ist einer ist verlangsamt cool so wir brauchen äther und ich brauche heilung das ist Ich bin nicht nervös. Oh, wie ich schweiß Hände. Anti-Z ist nicht gut. Ich kriege wieder ihren Schutz. Oh, das ist der schlechteste Output überhaupt. Eigentlich alles ist weg. Ah, der ganze Schutz, alles ist weg. Oh, Mann, so. Oh, Mann, so. Das ist zu heftig. Da muss ich mir was einfallen lassen. Das ist zu heftig. Ich kann auch mal probieren, aber... Oh, Mann. Oh, Mann. So. Mit diesen traurigen Bildern und mit dieser herben Enttäuschung verabschiede ich mich für heute. Ach, Kinders, ich weiß es doch auch nicht. Mensch. Was ist denn da los? Aber gut. Muss ich mir eine Strategie ausfallen, einfallen lassen. Aber manchmal kann es helfen, der Nacht drüber zu schlafen, wenn ich überhaupt schlafen kann. Ich werde diesen Kampf jetzt zigmal im Kopf durchspielen, was ich machen kann, was sich machen lässt. Und dann schauen wir weiter, was bei rumkommt. Ob es, äh... Ja. Ob mir eine Lösung einfällt. Donnerstag. Donnerstag. Und dann ist aber hier wirklich Finale. Okay. Bis dahin. Ihr lasst euch weit einfallen. Ich lasse mir weit einfallen. Und dann machen wir Neo X Death platt. Vielleicht trainiere ich noch ein bisschen. Off-camera. Mal gucken. Tschö mit Ö. Hat mich gefreut. War intensiv. Hätte es gerne geschafft heute. Ärgert mich, dass ich es nicht gepackt habe. Aber gut. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Und ich glaube, ich bin unterlevelt. Würde ich mal ganz stark davon ausgehen. Deshalb, ähm... Bis Donnerstag. Eine gute Nacht. Ich freu mir, dass es, wenn es weitergeht. Die Verzweiflung. Und... Keine Ahnung. Gute Nacht. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.